Wir werden beschlagen, gedemütigt, gequält. Brutale Szenen, aufgenommen Ende 2003 mit einer Handykamera. Als wir den Kühlschrank öffneten, schließen wir auf eine große Menge Menschenfleisch, das man aus dem Körper des grauens während Opfers geschnitten hatte. Ich fuhr auch, um es später zu verzehren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020